ja hallo und willkommen zurück zu super mario sunshine part nummer fünf ja im letzten part haben wir noch die acht roten münzen gesammelt und ich denke mal das dürfte das letzte gewesen sein aber ich gehe nur mal zur sicherheit in die welt rein zu gucken mir war doch so ja genau und soviel ich weiß wartet mal muss ich grad gucken es gibt ja zwei verstecke also zwei geheime münzen in signen münze in signen und sterne damit komme ich nicht mehr klar und zwar wenn ich noch mal in die geheime höhle gehe dürfte das ganze jetzt auch dieses zeitspiel sein mit den acht roten münzen welch gleich mal gucken gehen nur mich einfach noch mal selbst von der erinnerung aufzufrischen weil ich möchte nicht unbedingt jede kleinigkeit nachgucken wollen ihr kennt mich ja da eigentlich das ist ja ungern im internet nachgucke dass ihr was ja was man machen muss vor allem bei spielen die ich schon mal gespielt habe was ich mal darüber ja man sieht hier sind die stege da nicht mehr so vertreten da muss man wirklich noch den anderen weg gehen hinten also es kommt wirklich darauf an was für ein level man spielt oder was für ein insigne man sammeln möchte was einfach oder schwerer hat achtung aber dadurch dass wir jetzt halt schon mal das einmal gemacht haben wissen wir zumindest den weg in die höhle rein schon macht auch gar keinen doppelsprung irgendwie also den zweiten hochsprung so ist also wenn ich mich jetzt daran erinnere dürfte doch ja jetzt sind wir nämlich hier mit dem dreck weg vermutlich geht es auch erst wenn mir mario morgana besiegt haben aber dadurch darauf festlegen das weiß ich genau ja jetzt bin ich auf zeit münzen sammeln ja sammler acht rote münzen ehe die zeit abgelaufen ist viel glück und ich weiß natürlich nicht wo die alle noch mal sind natürlich dann ziemlich lustig so aber wir haben jetzt zumindest unseren dreck weg das macht das ganze minimal ein bisschen einfacher hier durch zu kommen achtung ist links in der ecke auch noch einer gewesen ja also in jeder ecke ist eine rote münze kann auch gut sagen ich gerade ein bisschen fehle weil ich erst mal wieder gucken muss wo die ganzen münzen sind ja gut es war da habe ich den schatten nicht gesehen na das war nicht gut aber zumindest wissen wir wo die ersten fünf sind das wird auf jeden fall später noch sehr interessant weil ich kann mich noch an andere andere level erinnern bei dem es dann halt wirklich auch darum geht dass man eben seine seine plattform kaputt machen kann komm schon da hoch was er doch gelacht damit das hier nicht schaffen würden jetzt halt hier automatisch dann so ein bisschen in zeitdruck meine sehr logisch also dass man hier so ein bisschen beeilen muss dann müssen wir auch anstellen wo mir vorher gar nicht hingegangen sind jetzt weil wir da hinten wie man das sieht aber gut da kommt man nein komm 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 nein das kommt nicht schon mal runter oh ja ich sehe gerade hier gehen die leben drauf nee nee ja wir wissen es lass mich hier weiter spielen müssen auch die münze mitnehmen sonst bringt es hier uns nichts jetzt aber richtig kommen jetzt machen wir auch die kamera ein bisschen weiter weg damit wir ein bisschen mehr sehen so go go oh das war fast schon wieder zu knapp ich muss auch ganz ehrlich sagen ich bin so ein bisschen gewohnt spiele auf dem 3ds zu spielen die halt solche blöcke haben und da hat man halt so den ja die hilfe wie weit entfernt die sind und sowas und ich denke mir einfach nur die ganze zeit eigentlich bin ich doch schon drauf aber ich bin eigentlich ganz weit weg so jetzt aber darüber bleibt nur die frage wo die letzte münze ist viel zeit haben wir nicht mehr na wo ist die letzte ich frage mich gerade wirklich wo ist sie auch auf der anderen seite verdammt das habe ich nicht mehr ja das wird unser erster großer failpart aber ich sehe es immer noch mit humor jetzt wissen wir ja wo alle sind na komm haben wir sie ein es gibt wirklich leute die spielen das hier sogar auf speedrun also dass die hier in möglichst kurzer zeit die münzen sammeln so hoch hier aber ich bin froh wenn ich es nur schaffe vor allem dass ich hier nicht ständig runterfalle wäre vielleicht ein vorteil so gehen wir am besten immer so außenrum und ja der witz ist hier auch selbst wenn wir die münzen eingesammelt haben müssen wir dann am ende noch die insignia einsammeln holen ob das reicht aber das war knapp ich meine so grob weiß ich ja wie ja gut das ist okay das ist ein bisschen zu weit weg um von da aus das zu holen am besten gehe ich zuerst meine stimme verlässt mich gerade wieder am besten gehe ich zuerst nach links ja man merkt halt da auch es ist zwar auf zeit aber ich versuche auch gerade so ein bisschen zu rushen das merkt man so ein bisschen weil von der zeit müsste es eigentlich locker reichen aber jetzt wo man halt auch weiß wo die ganzen münzen sind da deckt man sich halt auch ja gut könnte auch ein bisschen schneller gehen so eigentlich von hier aus müsste ich doch darüber kommen können na ja müsste es eigentlich reichen hier haben wir natürlich wieder zurückkommen am besten auf die blöcke hier drauf ja das kommt gut go 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 5 6 natürlich muss ich dann noch wieder zurück das war es ein bisschen suboptimal von der Reihenfolge her na klappt das schön gemütlich ich habe noch 8 Sekunden Zeit nein ich habe gar keine Sekunden Zeit mehr ach ja ja stellt euch mal auf mehrere Fails ein in diesem Let's Play hier weil das ist eigentlich nicht unbedingt jetzt das schwerste von den 8 Runden Münzen na Mario wo guckst du hin da unten sind keine Münzen so dann hole ich die Münze hier am besten mal als erstes weil die halt immer so links und rechts sich bewegt so ja ist auch immer schön wenn die Kamera so nach oben geht dass man halt auch wirklich genau sieht wo man sich gerade befindet auch wenn ich die gerade nicht so unbedingt so von Vorteil finde besonders wenn ich nicht sehe wie hoch die was bin ich da jetzt gerade durchgefallen ihr habt ihr habt auch gesehen dass ich irgendwie auf oben drauf war und dann doch nicht hm düm 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 ja nicht lange die Musik man merkt schon man macht hier jetzt ein bisschen Panik also jetzt stelle ich mir auch wirklich gerade dumm an also ich muss ganz ehrlich sagen jetzt müsste ich eigentlich langsam mal kapiert haben so ist aber richtig einmal zweimal immer zum besten so kommt auch besser aber zumindest sieht man dann auch schon mal grob warum das Spiel als nicht unbedingt einfach eingestuft wird klar wenn man das Spiel hundertmal durchgespielt hat dann kann man das Spiel auch natürlich klar aber wenn man es halt vielleicht nur wenn man es das erste Mal spielt dann ist es natürlich wieder was ganz anderes so nein nicht wieder runterfallen das war knapp und eingesammelt ja und das heißt es nochmal zurückkommen haha noch nicht geschafft die Zeit bleibt zum Glück stehen hm ja gut am besten gehe ich auf den eigenen Klotz darüber der sich so langsam bewegt ja ja das kommt schon besser und ganz gemütlich hier rüber man kann ja natürlich auch sein Wasser nicht auffüllen also man sollte da wirklich so ein bisschen aufpassen ja und besonders nicht zu ungeduldig werden man hat ja jetzt alle Zeit der Welt ach ja aber geschafft das ist immer die Hauptsache ja fortfahren es kann vermutlich irgendwann mal passieren dass ich aus Versehen speichern werde aber dann hoffe ich auch so weit dass die ja dass die Aufnahme dann nicht irgendwie die irgendwann mal hängen bleiben sollte könnte könnte alles passieren das ist mir ja auch schon einmal bei meinem ersten Gamecube Let's Play passiert bei Jibirobo so ja wie gesagt da bleibt jetzt noch ein geheimer Stern übrig da brauchen wir aber so viel ich weiß den Yoshi deswegen gehe ich jetzt einfach mal direkt ne warte mal was mache ich eigentlich ich möchte in die zweite Welt ja und was man hier übrigens auch sieht man sieht ja hier den Schatten und es wird dann auch immer größer also dieser diese Shiny ja gut das sieht man von hier aus jetzt gerade nicht eben die von hier na komm hoch ja das ähm je mehr Shiny man halt einsammelt sag ich jetzt ja gut die heißen Shine Sprites im Englischen deswegen kann man es auch Shiny nennen die Signen die Signen die erhöhen dann halt auch die Leuchtkraft sag ich mal und deswegen kann man dann hier sagen dass der Schatten auch immer größer wird ja jetzt habe ich lange rumgefaselt sondern hier gleich mal ins nächste Level so ach ja das ist der Hafen Port de Oro glaube ich hoffe das ist richtig ausgesprochen Port de Oro das eine äh ja oh spricht man nicht aus glaube ich ja gut Kapitel 1 Riesenärger mit Riesenpluper oh ja der Pluper der ist ganz lustig auch ein bisschen gemein muss man sagen also ich meine wir sind gemein da sieht man da schon eine Tentakel aus den Kisten rausragen ach ja ja wieder schöne Musik ja ich ja von wegen ja ich denke hier ich kenne die Musik und da fahre ich erstmal falsch aber wir haben hier ein eine Schmiererei ich werde mal wegmachen hier so sehr schön ach das Level das habe ich auch noch gut in Erinnerung besonders was die Aufgaben hier noch angeht später wird auf jeden Fall lustig mit einer Stammfahrtache kommst du durch die Gitter ja wenn man rein möchte hier also kann man einmal rein dann hält Mario sich fest und dann könnte man auch wieder ja wenn man A drücken würde und nicht B dann könnte man auch wieder nach draußen gelangen ja so wird es aber nichts gehen wir einfach hier raus ja man muss halt wenn man seitlich an dem Gitter hängt dann muss man B drücken zum Schlagen und wenn man von unten dran hängt dann muss man A drücken also nochmal ausprobieren so dann kommen wir wieder raus kennt man alles noch von Super Mario World na da ist ein X aber wir gehen mal ganz schnurstracks gemütlich zum Blooper rüber ach ja die Welt wird auf jeden Fall noch sehr lustig ja aber schön gemütlich was wir hier übrigens auch war das schon hier ja hier gibt es Kanalisation wo man dann zumindest so ein bisschen abkürzen könnte sofern man die Kisten auch zerstört hat na komm spring können wir wieder rein das bringt mir ja hier nichts Fiji-Alkartus gemacht das gibt es auch übrigens auf der Oberworld wobei ich da nochmal gucken müsste für was es da ist weil ich glaube da gibt es an manchen Stellen auch versteckte blaue Münzen so wenn man das ein bisschen drauf hat hier mit dem springen dann kommt man auch hier hoch ja sehr schön hier 100 Münzen zusammen wird natürlich auch sehr lustig ich habe da gerade eine blaue Münze gesehen die möchte ich einsammeln na go 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 und eingesammelt sehr schön na haut die ab wobei es geht eigentlich ich glaube da gibt es an einer Stelle sogar ganz viele Münzen und hier unten drunter ist halt ja auch so ein Gully-Deckel ja und das ist halt jetzt das Fiesste was wir hier machen wir greifen uns seinen Tentakel und ziehen ihn einfach mal ab und dann zappelt der auch noch so das ist eigentlich schon richtig gemein dass man nen Oktopus die ja die Tentakel abzieht die wachsen zwar auch in echt wieder nach aber das ist trotzdem gemein ich meine stellt euch mal vor man würde euch die Finger abziehen das wäre nicht unbedingt toll ja das Hauptziel ist eigentlich dass man ihm an der Schnauze packt aber wir müssen wir müssen auf die Teile drauf springen auf seine Tentakel meine ich dass er auch die nicht wegzieht na komm Mario schnappst du dir hallo da hat sich irgendwie nicht gegriffen na komm nochmal richtig jetzt aber wie er dann auch zappelt also ich finde das für ein Nintendo Spiel und Mario gut klar man sollte nicht zu viel hinein interpretieren aber das ist halt schon richtig gemein alter man muss auch dazu sagen dass halt ja allein dass die nur noch zappeln danach na komm greif irgendwie wie leicht schlägt denn da hin komm ich glaube wir müssen wir müssen das wirklich an der blauen Stelle greifen sonst klappt es nicht bis ins Blatt gedrückt ist nö es klappt nicht immer was ist denn los gut dann springen wir einfach mal dran dann klappt es zumindest so weit ja jetzt kann er sich nicht verteidigen jetzt müssen wir ihm erstmal hier die Schnute langziehen und da hat er ja einen Korken drin ja aber er ist noch nicht besiegt ja so im Vergleich zu zur Piranha Pflanze finde ich das hier ein bisschen gemein auch wenn er hier alles zusaut mit seinem Öl mit seiner Tinte er gesagt das hat er nicht verdient na aber ja für den Sieg wir müssen wir den ganzen natürlich machen ja man sollte es einfach nicht so ernst sehen ganz einfach man hat ja auch gesehen dass sie auch gleich wieder nachgewachsen sind im Endeffekt ja oh was war das denn jetzt im Endeffekt stürzt sie nicht ganz nicht so schlimm so wir müssen das schon ein bisschen weiter weg wie man oh verdammt wie man auch sieht ist es eigentlich kein schwerer Boss dauert nur ein bisschen na so greift doch also manchmal ich habe das gar nicht mehr so komische Erinnerungen dass er dass er nicht immer greift bis heute noch was wird jetzt geht doch kommt glaube ich auch darauf an wie weit weg man ist besser lässt er sich dann auch glaube ich greifen ja ja und jetzt ist er völlig hilflos könnte man ihn auch sonst wo hinziehen ist schon ein bisschen mies aber gut okay ich habe jetzt genug darüber geredet passt schon und da fällt er in seine eigene in seine eigene Tinte und der Part ist auch schon wieder fast rum so aber ja dann werde ich gut ich möchte halt wirklich die Part so machen dass ich nicht mitten auf der Suche von einer Insigne ähm ja den Part aufhöre deswegen werde ich dann einfach direkt den nächsten Part äh was heißt den nächsten Part ich werde jetzt ganz einfach hier die nächste Insigne machen so dürfte von der Zeit eigentlich noch passen je nach Aufgabe wobei ich glaube jetzt kommt die äh das Surfen wird auch interessant Blooper Surf Safari ja genau oh das wird lustig ja da können wir uns auch aussuchen was wir einmal nehmen ich glaube die unterscheiden sich in in Geschwindigkeit ja Geschwindigkeit ist auch nicht alles also je schneller man ist und so unkontrollierter wird das Ganze auch deswegen nehme ich ganz einfach mal die goldene Mitte weil ich nicht weiß ich glaube der von links nach rechts von langsam wie schnell glaube ich ja im Prinzip ist es genauso wie ähm wie heißt es wie bei wie bei der anderen wie bei der Wasserdüse aber ja da kommen die blauen zum Beispiel einsammeln ja sehr schön aber ja wir müssen ja unbedingt jetzt mit diesen Viechern hier rumdüsen hippie möchtest du ein wenig surfen kleiner komm schon such dir einen Blooper aus und spring drauf los zeig mir was du kannst und gewinne einen Preis ähm ich bin gerade am überlegen warum da eine Zeit ist weil ich ging eigentlich davon aus dass wir hier dann nur den ja dass wir nur das hinten den Händersparcours hier machen müssen man kann ja auch so ein bisschen äh ja abkürzen wenn man hier ähm über die über die Ränder springt aber ich glaube das ist jetzt unbedingt nicht gerade der passende äh der passende Blooper ich habe das zumindest nochmal schwer in Erinnerung ich bin mal gespannt vielleicht liegt es auch wirklich an der Zeit die wir erreichen müssen na man sieht jetzt schon wie der Parcours hier aufgebaut ist also manchmal ich springe da schon vom Vorteil ok also der Parcours ist nicht schwer es geht vor allem wirklich wirklich um die Zeit aber die wurden uns natürlich nicht gesagt aber wir haben es trotzdem geschafft gut dann passt es sogar mit der mit der Partzeit was sagt er uns nochmal hier du bist wirklich super ultra mega cool hiermit begehen wir die Geburt einer Bloopersurflegende ja das ist für dich ja nehme ich gerne dankeschön ich bin gerade echt am überlegen ob man da eine Zeit erreichen musste oder ob das jetzt einfach nur so war ja gut aber ich hoffe euch hat der Part gefallen und dann sehen wir uns das nächste Mal ciao 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 ciao